Es könnte wohl zu einem echten Transferhammer rund um Joshua Kimmich kommen. Denn wie jetzt publik wird, denkt Joshua Kimmich aktiv über einen potenziellen Bayern-Abgang nach. Welche Klubs da in Frage kommen und wann es jetzt zu solch einem Wechsel kommen kann, gleich dazu mehr hier. Zudem haben die Bayern eine Entscheidung rund um Giao Palinja getroffen. Sie werden wohl Portugiesen im Winter nicht verpflichten. Aber wie reagiert Tuchels Wunschziel darauf? Und als letztes schauen wir nochmal rüber zu Borussia Dortmund. Dort gibt es neue Probleme rund um Paris Brunner. Alles dazu und mehr gleich hier im Video. Vorab lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Joshua Kimmich denkt wohl an einen Abschied vom FC Bayern München nach. Genau so ist die neueste Meldung, die gestern aus dem Bericht von Sky hervorgeht. Und ja, es könnte tatsächlich zu einem Hammer rund um Joshua Kimmich kommen. In den letzten Tagen habe ich euch ja auch schon von dem Interesse von Paris Saint-Germain berichtet. Sie sind auch an Joshua Kimmich interessiert und sie würden ihn wohl gerne im Winter holen. Spätestens dann aber wohl im Sommer. Und jetzt deutet es sich so langsam an, rund um Joshua Kimmich könnte es zu einem echten Transferhammer kommen. Zwar nicht in diesem Winter, aber dann wohl im Sommer. Denn zum einen von der Vereinsseite her ist Joshua Kimmich nicht diese Holding Six, die man ja so dringend sucht. Zudem hat er nur noch einen Vertrag bis 2025. Sollte dieser bis zum Sommer nicht verlängert worden sein, dann gilt ein Kimmich-Abschied wohl als ungeschriebenes Gesetz. Denn dass man Joshua Kimmich ablösefrei ein Jahr später verliert, das kommt den Bayern definitiv nicht in die Tüte. Und aktuell, da gibt es noch keine Verhandlungen zwischen den Bayern und Kimmich über eine potenzielle Vertragsverlängerung. Der Spieler selbst sucht er ja aktuell noch nach einem Berater, der ihn dann beraten kann hinsichtlich eines neuen Vertrags, hinsichtlich potenziell auch einem Wechsel. Und jetzt kam eben gestern dann dieser Sky-Hammer auf den Tisch. Denn Joshua Kimmich, er macht wohl kein Geheimnis mehr daraus. Er denkt über einen Wechsel nach. Grundsätzlich soll ihn beim FC Bayern München auch einiges stören. Denn zum Beispiel gibt es immer wieder wenig Unterstützung in schwierigen Zeiten. Genau so berichtet es eben Sky. Genau deswegen schließt der Spieler selbst wohl einen Wechsel, so berichtet es Sky zumindest, nicht mehr aus. Natürlich müssten die Bedingungen stimmen. Grundsätzlich, wie gesagt, Paris Saint-Germain ist an ihm interessiert. Ob das im Sommer was werden könnte, ist wohl nicht so ganz klar. Joshua Kimmich, wir kennen ihn alle, er ist sehr kompetitiv, er will die Herausforderung. Und für ihn ist eben die Liga, die französische Liga eigentlich keine Herausforderung. Wenn er wechselt, dann möchte er wohl in eine Liga wechseln, die einfach stärker ist. Und jetzt berichtet eben aus Sky, da kommen vor allem Premier League Riesen, unter anderem Liverpool oder auch Manchester City. In Frage theoretisch auch die spanische Liga. Dort soll ja Barca-Trainer Xavi ein großer Fan sein. Aber die haben sich so ein bisschen aus dem Kimmich-Poker verabschiedet, weil er letztendlich einfach zu teuer ist. Bei Manchester City würde er ja auf seinen Förderer, auf seinen Ausbilder Pep Guardiola treffen. Der soll ja auch ziemlich heiß auf ihn sein. Bei Liverpool auf den deutschen Trainer Jürgen Klopp. Beides natürlich absolute Top-Adressen, beides Adressen, wo Joshua Kimmich auf jeden Fall vermutlich auch eine ganze Ecke mehr verdienen würde, als beispielsweise bei den Bayern. Aktuell Marktwert 75 Millionen Euro. Joshua Kimmich ist 28 Jahre alt. Im Sommer wäre er dann schon 29. Das wäre sein letzter großer Wechsel, sein letzter großer Vertrag. Und dass man hier nochmal 70 bis 80 Millionen Euro für den Spieler bekommt, das sollte auch klar sein. Also wenn er die Bayern verlässt, dann hinterlässt er definitiv eine ganze Stange an Geld. Und da könnte man dann wohl einen Spieler im Sommer für verpflichten. Und das ist auch schon quasi die Überleitung zum nächsten Thema. Denn einen Sechser, den wird man jetzt wohl im Winter nicht verpflichten. Die Rede ist von Jao Palinja. Die Bayern haben sich dafür entschieden, Jao Palinja in diesem Winter nicht zu verpflichten. Die Gründe sind mannigfaltig. Zwei große Gründe sind zum einen, man möchte sich, wenn nur, in der Innenverteidigung stärken. Dort möchte man sein ganzes Gehaltsbudget, sein ganzes Geld reinstecken. Zum anderen ist es eben auch im Endeffekt der Preis von Palinja. Denn die 65 Millionen Euro, die von Fulham aufgerufen werden, das soll für die Bayern schlussweg einfach zu viel für den Spieler sein. Das macht ihn wohl unattraktiv. Und sie planen nicht in diesem Winter die Bemühungen für Palinja zu intensivieren. Und das berichtet jetzt eben Sky, soll dem Spieler wohl auch so signalisiert worden sein. Man soll gesagt haben, ja, das wird nichts zwischen uns. Ein Winterwechsel zu uns ist ausgeschlossen. Vor allem auch, weil man ja jetzt im defensiven Mittelfeld auch nicht unbedingt eine Personalnot hat. Gerade auch die jüngsten, ja, ich sag mal, Leistungen, unter anderem von Alexander Pavlovich und auch Rafael Guerrero, haben Tuchel wohl auch gezeigt, ja, eigentlich haben wir da echt viele Spieler. Denn die zwei eben genannten, plus Leimer, plus Goretzka, plus Kimmich, man hat fünf Spieler für zwei Positionen. Das ist eine ganze Menge. Und Pavlovich macht seine Sache eben da auch gut. Und wenn man ihm jetzt einen Stammspieler vor die Nase setzen würde, würde natürlich hier auch so ein bisschen die Entwicklung stocken. Eine Idee ist es, ihn dann möglicherweise im Sommer zu holen. Die Transfersaga scheint zumindest mal für diesen Winter erstmal abgeblasen zu sein. Im Sommer könnte das aber nochmal neuen Fahrt aufnehmen. Gerade auch, wenn das erste Thema Joshua Kimmich dann wieder aktuell werden würde. Wenn er die Bayern wirklich verlassen würde, dann wäre natürlich eine Verpflichtung einer echten Holding Six, wie Joao Palinja ist, eben ein Thema. Dann würde man vermutlich auch nicht mehr 65 Millionen Euro für den Premier League Spieler zahlen, sondern etwas weniger. Und Fulham könnte dann auch vermutlich weniger vom Preis her verlangen, als sie das aktuell in diesem Winter tun. Wintertransfers, das merken die Bayern gerade, sind halt grundsätzlich immer ein sehr, sehr schwieriges Pflaster, weil zum einen oftmals die Spieler nicht wechseln wollen. Das haben wir bei Araujo gehört. Zum anderen haben aber natürlich die Vereine fest mit ihren Spielern geplant. Sie können jetzt nicht einfach irgendeinen absoluten Leistungsträger, und das ist Palinja eben bei Fulham, einfach so ziehen lassen, ohne einen passenden Ersatz zu verpflichten. Oder machen das einfach nicht, weil sie sagen, nein, wenn wir jemanden gehen lassen, einen Topspieler von uns, dann nur im Sommer. Und genau deswegen bahnt sich so langsam bei den Bayern an, dass sie in diesem Winterbrück keine Top-Lösungen bekommen, weder in der Innenverteidigung noch in der Sechser-Position. Also hier eine ganz klare Absage vom FC Bayern München an Palinja. Das ist das Aus dieser Transfersaga. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema des Videos, und das ist Paris Brunner. Bei Borussia Dortmund eins der, ja, ich würde mal sagen, interessantesten Talente, das es aktuell so in der Bundesliga gibt. Es gibt definitiv aber auch vermutlich eins der schwierigsten Talente, denn wir wissen noch, die Suspendierung, was da so gelaufen ist, ist ja immer noch nicht so ganz aufgearbeitet. Aber jetzt gibt es wohl auch schon wieder neuen Ärger, beziehungsweise eher erhebliche Zweifel an Brunner. Nicht an der sportlichen Leistung von Brunner, nein, sondern eben an der Zweifel. Denn, wie die Bild jetzt berichtet, überlegt man wohl gerade bei Borussia Dortmund, ob man Paris Brunner wirklich einen Profi-Vertrag gibt. So berichtet es jetzt eben die Bild. Gestern soll es da wohl auch ein Treffen gegeben haben zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, dem Spieler und auch seinen Eltern. Ja, es ist so ein bisschen wie in der Schulzeit, aber so war es eben. Denn man hat wohl Zweifel an der nötigen Professionalität, dass Brunner die eben nicht mitbringt. Unter anderem sind da Storys von diversen Hauspartys, die eskalieren, dass er sich jetzt auch im Trainingslager in Mabea wieder aus dem Zimmer geschlichen hätte und, und, und. Da kann er sportlich auch noch so viel zeigen. Bei der U17-WM, da wurde er der Weltmeister und zum Spieler des Turniers gekürt. Dasselbe bei der EM im Jahr zuvor. Also sportlich ist der Spieler wohl sehr überzeugend, aber die Einstellung ist gerade auch bei solchen jungen Spielern natürlich extrem wichtig. Und die bringt wohl Brunner nicht mit. Und das soll aktuell so ein bisschen Borussia Dortmund an ihm zweifeln lassen. Was meint ihr zu den Themen aus dem Video? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war es von mir. Wir hören uns auf dem zweiten Kanal. Bis dann, Leute. Ciao.